Hallo und herzlich willkommen zu Dead by Daylight, meine kleinen Wolf-Lines. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie lange die Mori-Animationen der Killer sind? Also welches Mori wie lange dauert? Diese Frage habe ich vor kurzem aufgelesen und ich habe gedacht, komm, ich versuche euch eine Antwort zu geben. Die seht ihr im Video, ich habe von allen 26 Killern die Moris aufgenommen, plus die Sekunden und dann könnt ihr selber sehen, wer das längste Mori hat und wer das kürzeste. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Was hat24 Heu geiumt? Da! Oh! Oh! Ugh! Das war's für heute. Ja. 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 Ah! Ah! ARD Text im Auftrag von Funk um ja 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 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.